Ja, also da unten wollen wir nicht hin. Das da kann weg. Das, das, da kann weg. Da wird die Geschwindigkeit. Und wir graben einfach mal hier lang, um zu gucken, was da noch so schönes ist. Außerdem habe ich mir sagen lassen, dass der Dirt hier, also dieser rötliche Dirt, Eisen droppen kann. Ab und an mal. Gucken wir mal. Also das wäre jetzt nur Dirt. Gucken wir mal, ob ich da informiert wurde. Ist ja alles nur Dirt. Also ganz selten mal soll Eisenbau rumkommen. Das heißt, theoretisch würde es sich lohnen, die gesamte Unterwelt abzutragen. Da ist schon mal ein Buch drin. Entweder das oder es wird rausgepatcht, das kannst du mal zumachen, das kannst du zumachen. Überall nur dort. Okay, das heißt, wir können uns diese Reihe hier oben jetzt schon wieder sparen und nur unten weitergraben. Wir hoffen, dass wir auf irgendeinen Geheimraum treffen, wo unaussprechliche Schätze drin sind. Wobei mir Silber und Eisen eigentlich schon reichen würden. Oh, Gold. Okay. Man findet hier kein Eisen, man findet hier Gold. Plus Münzen. Eine Hülle. Schon wieder Gold. Ah, der schick hier. So, neues Portal, bitteschön. Bevor ihr jetzt hier alle, ne? Auch ein neues Portal. Da könnt ihr gleich weitermachen. Was ist da oben? Sehr ausgeprägtes Höhensystem, aber kein Dungeon oder so. Okay. Ja, doch, für sowas ist der Lichtspruch echt schick. Kostet nicht viel und man kann kurz eben mal erforschen gehen, ohne irgendeinen Zwerg entschicken zu müssen. Wo sind wir überhaupt gerade? Direkt unter der Festung. Okay. Dazu machen. Dazu machen. Dazu machen. So ein bisschen wenigstens reparieren können wir ja mal. So, so, so. So. Weiter, 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 weiter. Da ist schon wieder was. Ich habe hier irgendwo etwas gesehen. Kotter. Ah, du hast eine Steinhacke. Ausrüsten. Warum hast du eine Steinhacke? Hier, eine Silberspitzhacke. Mitril. Ah, das ist komisch. Also Silber, Silber. Silber, Silber, Mitril. Silber, Stein. Eisen, 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 Eisen. Ja. Uh, apropos Mitril. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles weg hier. Wir brauchen Mitril, Helm und Schwerter und Panzer und alles mögliche. Jungs. Macht was. Wow. Drache. 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 Gut. Gut, gut, gut. Wir haben schon mal eine Herausforderung für später. Tötet den Drachen. Oh, ob es dann auch Drachenleder gibt? Das wäre schick. Ich brauche meinen Scapholid. Wo ist mein Scapholid? Näm, 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 näm. Wir haben kein Scapholid mehr. Kurios. Seit wann braucht Scapholid Bretter da oben? Oh, war das wieder ein Patch, den ich mitbekommen habe? Sieht fast so aus. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Bretter freischalten und herstellen, bevor man Scapholid herstellen kann. Die Entwickler haben wohl gemerkt, dass die Scapholid einfach zu mächtig sind als Werkzeug, ja? Na Gott. So, der Drache ist noch unten. Was macht ihr hier? Ja, ihr könnt da oben noch das Silber abbauen. Aber danach geht ihr bitte nach Hause und steht hier nicht den ganzen Tag rum. So, betreten, betreten, betreten. Scapholid, Scapholid. Betreten, betreten, betreten. Und dann weiter. Einfach immer weiter hier am Boden lang. Ich meine, so viele Betriebe wir jetzt schon hier rausgeholt haben, es reicht locker für ein paar Rüstungen. Du wirst angegriffen. Wo? Oh. Sehr gut. Die Yetis fressen Goblins auf. Während wir uns dann in der Unterwelt rumtreiben, verändert sich die Oberwelt komplett. Goblins reißen die Weltherrschaft an sich, Yetis überrennen sie. Wir bauen weiter mit Rila. Da lang. Ja, ich muss langsam ein bisschen vorsichtig sein mit den Tore schmeißen. Es geht doch aufs Mana. So, ist das da unten der Lavaraum oder was anderes? Flup. Achso, wir wollten nicht mit der Manaum schmeißen. Neee. Ich glaube, das ist nicht der Lavabereich, das ist irgendwas anderes. Ah, nochmal durchgraben. Ja, ist ne Hülle. Oh, ne schöne Hülle. Schön, schön, schöne Hülle. Alles mit. Das der kann auch weg, das der kann auch weg. Oh, Drache. Töten, töten. Töten, töten. Töten, töten. Töten, töten. Ein für eins. Ähm, ähm, ähm. Heiltrank. Genau, Pfeil im Bogen, Pfeil im Bogen. Da unten ist Lava, ha? Jetzt muss ich echt mal gucken. Ja, da unten ist Lava. Ähm, du. Wedelzwerg, Kontroll übernehmen. Bau. Dirt. 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 Dirt, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Wo ist er hin? Da ist er hin. Töten. Jeder, der Lebenspunkte braucht, kriegt einen Heiltrank. Du und du. Töten. Kommst hier nicht lebendig raus. Haben dich eingebuddelt. Stillstehen ist auch nicht seine Stärke, ne? Aber es ist nur ein Welpe, das ist kein richtiger Drache. Oh, oh. Wenn wir jetzt den Welpen umbringen, ich glaube die Mama mag das nicht. Oh. Eintrank. Ich hoffe, du kannst keine Blöcke zerstören. Wie ein gewisser anderer Drache. Und tot. Hat er irgendwas gedroppt? Da liegt was. Äh, wow. Okay. Genau, Abendsportal, Abendsportal. Trinken. Trinken. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht meine Zwerge töten. Stirb du. Oh, das macht meine ganzen... Das baut mein ganzes Mithril für mich ab. Das ist doch mal nett. Ja, nehmt mal das andere Portal hier bitte, Jungs. Sonst tut ihr euch nur weh. Und ihr habt schon so wenig Lebenspunkte. Also ja. Da holt man das ganze vom Wurm gefarmte Zeug zusammen. Hier ist tierisch wie Mithril. Und Diamanten, was weiß ich. Aber wir sollten langsam raus. Zu gierig Zwerge und so, das kennt man ja. Wir haben erstmal genug Mithril für ein paar Rüstungen. Und dann ist gut. Und es kommt eh gleich eine Welle. F1. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Alle schlafen gehen. So. Hoch, 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 hoch. Das wird zeitlich nicht hinhauen und wir haben kein Essen mehr. Bier und Fett und Fischsuppe. Und das war's. Fleisch und Blätter und Kohle. Macht später mal Steaks. Aber halt. Später mal und nicht jetzt. 3, 4. Hier kommt ein Fetttisch mit zu. Das Bier wird ganz schnell weg sein. So. Ja, das wird gekocht. Doppelte Geschwindigkeit. Und warten wir mal, was die Welle jetzt bringt. Direkt vor der Haustür. Ausrüstung. Ich hab mal wieder vergessen, die langen Bogen herzustellen. Oder den einen langen Bogen, der noch fehlte. Wir könnten mal gucken, ob die Magier den auch... Oh, du bist Bogenschützer. Du auch. Du auch. Was? Schwedtkämpfer. Schwimmer. Ein Magier dazwischen? Nee. Also, Telo, du bist ab sofort... Erlaubt seinem Führer verweitete Spruchtränke zu nutzen. Ich dachte, er könnte damit auch irgendwie Fernkampfangriffe machen, ohne diese Feuerballtränke. Aber anscheinend nicht. Oh, die Birole sind wieder da. Kann man mit einem... Britzdingsel das. Schnell britzdingseln. Ah, nicht gut. Nicht, nicht, nicht gut. Genau, einfach weiterschießen. Einfach weiterschießen. Hier, das kommt wieder nicht durch. Ja, aber wir machen nichts. Okay. Die kugelt sich gegenseitig tot. Ah, es geht richtig gut ab hier. Piu, 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 piu. Britze. Genau. Hier schummelt keiner, der Schummelt wird und Kassloturm erwischt. Der Kassloturm ist vollkommen witzlos da oben. Also, ich glaube nicht. Dass er hier unten irgen jemanden angreifen würde. Das ist echt nur dafür, die Yetis zum Brutzel die oben galvanen. Und selbst das schafft er nicht wirklich effektiv. Nee, schade. Also wir könnten jetzt hier so eine kleine Rampel machen, dass alle Gegner näher in den Turm raten müssen, aber... Wow. Das wird langsam ein wenig voll hier an Gegnern. Zweiter Tür kaputt. Ja, ich hoffe das. Immer mehr. Immer mehr. Es kommt mir schon fast wie Schummeln vor. Weil die Gänge halt so eng sind. Die Lippies nicht durchpassen und die Augen nicht durchpassen. Überhaupt. Die Zwerge sind einfach alle Knochen ein. Der Kampf ist jetzt für sie schon vorbei. Genau. Einfach auf Typen in Käfigen schießen ist nicht so wirklich schwer. Da. So was müsst ihr umbringen. Die sind eigentlich alle schon tot, hm? Jo. Jo. Geht's der Zwerge. Ihr seid toll. Was sagt der Techbaum? Ich will Mithril Zeug bauen, da. Die Magierstab haben wir doch hier gestanden. Ach, den sollten wir ausrüsten. Okay. Ausrüsten. Wo ist der Magierstab aus? Du wirst damit aber nichts machen können, oder? Wo ist Lord Hämchen? Wie hieß Lord Hämchen? Da. Kontrolle übernehmen. Ne, du wirst nicht Lord Hämchen. Rein. Ist das ein Fuselhaufen. Da ist er. Kontrolle übernehmen. Er schlägt mit dem Zauberstab. Ja. Brauche ich Getränke. Okay. Dann nimm wieder dein Schwertier. So. Befreien. Das weg. Das weg. 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 Töten. 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 Türen bitte neu aufstellen. Die waren nicht hier. Oh, das Essen ist fertig. Steak, 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 steak. So. Gut. Tür. Tür. Meh. Stipp. Stipp, stipp. Du. Und irgendwas haben sie auch mit der Maus gemacht. Die Maustasten verdreht kann das sein. Mit links scrolle ich jetzt und mit rechts mache ich gar nichts. Außer markieren von Sachen. Oh oh. Hier, fliegt mal. Fliegt, fliegt. Da. F1. Trinken, tragen. Trinken, tragen. Trinken, tragen. Trinken, tragen. Trinken, tragen. Töten. Und die doofen Langbogen weg. So. Also die Goblins scheinen wieder aggressiv zu sein. Entweder das oder unsere Zwerge waren aggressiv und haben die Goblins angegriffen und die haben sich zur Abwechslung mal gewehrt. Ich hoffe mal, es ist doch... Oh. Es sind zwei Zwerge gestorben. Das ist ganz nun gar nicht gut. Wir müssen unbedingt ein Drehzeug herstellen, damit sowas nicht passiert. Ja, du trink auch einen Trank. Trink, trink, gefälligst. Sofort einen Trank. Der Häuptling ist tot. Das Ding kaputt machen, so. Was macht ihr nicht hier und warum werdet ihr nicht geblitzt? Töten, töten, töten.